Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. Jo, ich möchte hier nämlich kurz umschauen, ob es hier noch Dinge zum Scannen gibt. Die Tür hier schaut zum Beispiel schon mal komplett verdächtig aus. Aber nein, ich habe halt die Hoffnung, weil ich hatte gerade die Hoffnung, dass man hier vielleicht eventuell auch eine Dürre mal kriegt, weil wenn ich jetzt auf den März weg... Ja, 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 weil was wollte ich sagen, wenn ich jetzt auf diesen Mehrzweckraum denke, sollte der auch gedacht sein als zum Beispiel Schlafzimmer oder so, dann wäre es doch super, wenn man eine Tür hätte zum Zumachen des Raumes, damit man etwas Privatsphäre hat. Glaube ich. Auch Schrott. Ich glaube, das wäre ganz schön. Wenn es sowas geben würde. Okay, hier schaut es aus. Scannen technisch nichts mehr. Da war ich dann, glaube ich, schon mal. Deinen Automaten hatten wir ja schon. Den können wir theoretisch dann auch im Mehrzweckraum, wenn wir mal so weit sind, aufstellen. Jo. Dann wären wir es hier tatsächlich. Ja, ja, du kannst ruhig so oft zu... Daran stoßen, wie du möchtest. Das juckt mich nicht. So war ich hier schon. Ja, da war ich schon. Das hat jetzt gerade so komisch ausgeschaut. Das hier schaut verdächtig aus. Du bist verdächtig. Seemotten-Fragment. Hilft mir nix. Weil ich fahre schon mit einer. Und so viel Titan kann ich nicht mehr schleppen. Grummel, 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 Grummel. So, ein kurzer Schwenk. Dann gucken wir mal. Wo könnte jetzt das Schifflein sein? Die Rettungskapsel. Da drüben. Okay. Opa, hier haben wir einen Quarz. Ich glaube, ich muss Titan loswerden. Ähm, ja. Besser Titan, als auf Quarz zu verzichten. Ich hau mal drei weg. Den Quarz. Haben wir hier was drinnen? Ein Laserschneider, glaube ich. Ja. Okay. Dann steigen wir wieder ein. Der Fisch hat irgendwas gegen uns. Keine Ahnung. Aha, dieses Elektro-Dingens funktioniert scheinbar nicht. Das schaut ausgeschalten aus. Das schaut ausgeschalten aus. Deutsch. Glaube ich. Das war, glaube ich, gerade Deutsch. So. Wo komme ich denn jetzt da hin? Was haben wir hier drüben? Nochmal. Quarz. Ja. Nehme ich auch sofort mit. Boom. So, Quarz eingepackt. Von dem Zeug kann man eh nicht genug haben. So. Dann schauen wir uns weiter um. Und hier unten soll das Schifflein sein. Sind Sie sich sicher? Da drüben. Das ist tatsächlich etwas tief. Wow, habe ich die schon gescannt? Ist das was zum Scannen? Ich glaube, so weit unten waren wir noch. Oder doch? Ich weiß es gar nicht. Ja. Nein, das ist nichts zum Scannen. Was haben wir hier? Ich sehe hier. Ich sehe hier einen Quarz. Und das da? Geisterhände. Ja, das ist treffend. Okay, ich gehe mal kurz zurück. Was bist du? Haben wir dich auch schon? Du bist nix. Du bist nix. Ja. Super. Ähm. Motti? Da oben. Ich schwimme mal kurz. Oh je. Na, der Alien ist auch da. Scheiße. Da oben. Da. Muss ich aufpassen. Okay. Ähm. Wir sind in Sicherheit. Normalerweise. Also Blutranke. Diese. Ich bin durstig. Äh. Diese Seetangart wächst in lichten Gehölzen tief unten auf dem Meeresboden. Und bietet Schutz für verschiedene kleine und große Tiere. Das Überleben in diesen Tiefen ist eine Herausforderung. Und die Tiere, die hier leben, haben ungewöhnliche Überlebenstechniken entwickelt. Darunter das Fehlen von Hauptpigmenten, die Abhängigkeit von natürlich vorkommenden Metallen und Ölen zum Temperatur- und Druckausgleich und in einigen Fällen sogar elektrische Abwehrmechanismen. Das pulsierende rote Öl, das die Blutranke absondert, läuft zu geleeartigen Blasen zusammen, die regelmäßig abfallen und eine lebenswichtige Nahrungsquelle für das örtliche Ökosystem bietet. Das verlassen ist jetzt ein bisschen auf gemeiner Höhe hier, bietet. Wenn sie nicht im Laufe der Zeit im Boden versinken. Das bedeutet, ich steige noch einmal kurz aus, schmeiße ein bisschen Titan weg und nehme einfach zum Spaß hier jetzt mal. Ich glaube, ich habe den Rubin gesehen. Na, das ist ein Ei. Oder, Rubin? Rubin! Oh, wie geil. Warte kurz. Nein, Rubin. Oh, geil. Quarz, Rubine. Alter, ich habe einen Rubin. Gott sei Dank. Den muss ich mitnehmen. Ja, 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 ja. Ist schon gut, ist schon gut. Habe ich jetzt das Blut mitgenommen? Blutöl ist groß. Ich lasse das mal bei einem. Äh, Semoti. Meine Nase. Entschuldigung. Ich habe ein leichtes, leichtes Schnüpfelchen. Aber kein Corona. Keine Angst. So. Durch das ständige Warm-Kalt vom Wetter draußen. Das ist echt... Das ist schon ein bisschen grob. Aber, was soll's. Boah, da wäre so viel Quarz. Ich muss da später nochmal hin. Ich kann das jetzt nicht alles mitnehmen. Habe ich dich schon? Was bist denn du für ein Schwammel? Tiefenbilz. Hä? Das kennen wir halt auch mal. Ja. Guten Tag. Ich scanne das jetzt mal. Ich schaue, dass ich hier weiterkomme, weil jetzt wird's echt unheimlich. Also wir haben einen Rubin gefunden. In tiefsten... Tiefen. Ja, ja. Habe ich schon befürchtet, dass dieses Alien-Mist-Fich wieder hier rumpoltert. Deshalb, weil ich da so gut geht, jetzt einmal... Autsch. Einmal aus, wollte ich sagen. Ja, das mit dem neuen Tiefsee-Dingens, das ist halt echt, das lohnt sich schon, muss ich sagen. Ich bin jetzt schon über 300 Meter tief. Oh, oh. Ich bin schon weg. Macht. Oh, ich glaube, der verfolgt uns. Ich schaue mal, dass ich hier wegkomme. Ich versuche mal zur Rettungskapsel zu kommen. Oh, da ist Quarz in Hülle und Fülle. Ich bin glücklich. Die Stelle hier muss ich mir merken. Oh mein Gott, ist das ein riesen Quarz. Ich bin durstig. Für lauter Schaum... Habe ich noch Wasser? Ja, Gott sei Dank. Für lauter Schaum kann ich das ernten. Spezialausrüstung. Okay. Vielleicht gibt es da mal einen Zusatz. Das ist das Lithium. Ich glaube, ich habe ein Dings gefunden. Okay. Alter. 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 Was war denn das jetzt? Hey. Na toll. Das ist meine Seemotte irgendwo. Ich hätte nicht aussteigen sollen. Ach, das ärgert mich jetzt wieder. Was war denn der Dreck? Super. Ich meine, ich habe gespeichert. Das lade ich jetzt. Das ist mir wurscht. Echt. Oder ist das automatisch gespeichert? Das wäre schlecht. Ich verlasse das jetzt mal. Das geht so nicht. Ich kann das jetzt unmöglich aufgeben. Die Seemotte kriege ich nie wieder. Jetzt probiere ich mein Glück. Dann habe ich nämlich nicht allzu viel verloren an Zeit. Ist besser so, als wenn ich jetzt den ganzen Weg zurückschwimme, weil es ist ja alles weg. Alles, was wir gefarmt haben. Das Titan ist weg. Alter. Der Rubin ist weg. Nee, das muss ich laden. Das geht gar nicht anders. Alter, was soll denn das? Mistviech. Elendes. Was ist das? Alienviech? Ich habe nicht gemerkt, dass ich so viel Damage bekommen habe. Scheiße. Ja. Ja. Ich hoffe, dass es gut gespeichert hat. Boah. Na. Äh. Wo bin ich hier? So. Servus. Ah, hier bin ich. Okay. Eh da, wo ich... Gut. Also nochmal. Ich hoffe, ich kriege den Rubin jetzt nochmal, weil sonst weine ich hier. Aber richtig. Da bin ich hier runtergetaucht, glaube ich, ne? Irgendwo. Boah, hoffentlich finde ich das jetzt noch darüber. Genau. Das Quarz. Ich glaube, das Quarz lasse ich. Ich steige noch einmal kurz aus. Und schmeiße ein Bildetan weg. So. Boah, schnell einsteigen. Genau. Boah. 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 Es ist richtig übel. Ich hoffe, das Rubin-Stück ist noch da. Aber sonst weine ich jetzt echt. Dann mache ich mal kurz Pause und weine mal eine Runde. Boah, ich werde jetzt auch... Ja, das Misscannen lasse ich jetzt auch mal komplett weg. Also, das schon, die Geisterhände und das muss ich schon noch... Weil die fehlen mir jetzt ja, glaube ich. Ja. Und auch die Blutdingens. Die scanne ich auch noch schnell. Und dann hoffe ich, dass ich noch zu meinem... Lass mich hier rein. Dann hoffe ich ganz stark, dass ich hier noch... Ja, geh weg. Mann, was hast du denn? Also, ich hoffe ganz stark, dass ich jetzt meinen Rubinstein noch bekomme. Der war hier, glaube ich, jetzt irgendwo, ne? Warte, warte, warte. Blut ist hier. Das war jetzt schon irgendwo da. Oh Gott, bitte. Hoffentlich ist er nicht weg. Da ist er, glaube ich. Oh Gott, da ist er, glaube ich. Oder? Ja, Rubin. Gott sei Dank. Und noch einer. Boah, habe ich sogar zwei. Alter, was ist denn los hier? Ist ja schon in Ordnung. Wie komisch ist etwas. So, habe ich noch Platz? Ja, ich bin jetzt... Jein. Also, hauen wir da noch ein bisschen was weg. Dann kann ich eins so ein Bluttröpfelchen mitnehmen. Und dann nehme ich noch was geht. Will... Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Lass mich einsteigen. Alter, was ist denn jetzt schon wieder? Alter. Die Musik, ne? Au. Ich muss schon jetzt nicht hier wegkommen, echt. So, nach Möglichkeit. Aha, das war jetzt gerade ein Grafikfehler. Okay. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt zum Motte. Also zum Motte, zum Rettungskapsel. Das wäre sehr super. Ich glaube, wieso pocht denn das jetzt hier so? Da trifft einen noch der Schlag, ich sag's euch. Okay, ich weiß gerade nicht, ob ich da... Ob das jetzt eine Höhle ist? Ah, da wäre noch ein Rubin. Habe ich Platz? Ja, ich kann nicht widerstehen. Ich werde sterben wahrscheinlich. Oh Gott, wo ist die Motte? Da. Ah. Ja, die Flüssigkeit. Äh, die ich hier habe. Dachte ich schon, wo ist denn jetzt? Aha, ein Erste-Hilfe-Paket nehme ich auch gleich. So, wo ist denn jetzt dieses... Da drüben. Okay, ich muss schauen, dass ich hier irgendwie unfallfrei an Höhe gewinne. Dass ich das nach Möglichkeit ein bisschen... Wow. umfahren kann. Was ist denn das schon wieder? Ist das jetzt ein Stein oder lebt das? Alter. Okay, das ist nur ein Stein, glaube ich. Das hätte so komisch ausgeschaut. So. Äh, äh... Darüber. Alter Spinner. Ah. Unwahrscheinlich, wirklich. So. Sind wir dann jetzt bald mal da? Da wäre Salz. Auf das verzichte ich jetzt gerade. Da unten. Okay. Dachte ich schon, hä? Aber, Entschuldigung. Ist gar nicht da, wollte ich gerade sagen. Da ist, glaube ich, ein Geldingens. Oh Gott, das muss ich auch mitnehmen. Das muss ich auch sofort einpacken. Gel-Sack, jawohl. Oh mein Gott, wie schön. Oh mein Gott, die Digerkacke. Ah, so. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir das auf. Tauchflasche mit ultrahoher Kapazität. Mhm. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Kann ich hier auch rein? Ja, sehr gut. Was haben wir denn hier? Zurückgelassene PTA. Ja. Mehr nicht. Mehr gibt es hier nicht. Schade. Was ist hier? Nochmal. Zurückgelassene PTA. Ja. Hier wäre Lidium wahrscheinlich. Ja, die Luft geht mir aus. Das hier hatte ich jetzt schon. Dann mal kurz zur Motti. So. So. Mal kurz anleuchten hier. Und dann schauen wir mal. Also. Bauplan. Ah, diese neue Pensol haben wir jetzt gefunden. Synthetische Fasern. Aha. Das können wir jetzt endlich herstellen. Ich bin so glücklich. Ich hoffe, ich finde noch so ein Geldsack an. Das wäre super. Und hier Taucherflasche mit ultrahoher Kapazität. Die haben wir ja schon. Ultrahoch. Leichte. Hohe Kapazität. Ja. Lidium 4. Lidium haben wir so viel? Ich glaube, ne? Hoppala. Ich glaube schon. Habe ich noch was im Beutel? Da habe ich kein Lidium, ne? Na. Das wäre aber, glaube ich, nicht so das schlimme Lidium. Wir werden wir, glaube ich, recht gut finden. Dann können wir nämlich die Taucherflasche, was echt cool wäre. Aha. Was ist das? Energiezellulatestation. Energiezellulatestation. Das ist schon sowas, was ich haben wollte. Jetzt brauche ich nur noch was für die Batterie. Oh, wie cool. Jetzt brauche ich dann nur noch was für die Batterie. So eine Batterieaufladestation. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Bin ich glücklich. Bin ich glücklich. Ich kann das nicht in Worte fassen. So glücklich. Da ist noch ein Rubin. Den muss ich mir auch noch krallen. Wenn wir schon mal so eine Rubin-Fundgrube haben hier. Zwei sogar. So, war jetzt der erste. Ich habe mich zu viel gedreht. Ja. Mal kurz aussteigen. Einmal farmen. Dann schwimme ich schnell darüber. Hol mir noch den zweiten. Da drüben ist noch einer. Da drüben ist noch einer. Ich werde jetzt gierig. Das ist schlecht. Ich hoffe, ich sterbe nicht nochmal. So. Und dann schwimme ich zurück zur Motte. Wenn ich es überlebe, ich hoffe. Und dann werde ich mal speichern. Normalerweise speichere ich immer, wenn der Part zu Ende ist. Aber in dem Fall mache ich jetzt mal eine Ausnahme, weil ich einfach viel zu viel Graffel habe. Wertvollen Graffel. Und das will ich auf keinen Fall verlieren. So. Lidium. Gibt das hier Lidium-Vorkommen? Das wäre sehr schön. Da drüben ist noch ein Rubin. Ich bin im Himmel. Ich muss ein Titanium wegschmeißen. Oh, ich arme Frau. Ich nehme, schmeiß gleich mehr weg. Ist wurscht. Titanium kriegst eh so leicht. Das ist jetzt wirklich nicht das Problem. Das ist auch so viel Quarz. So viel Quarz. Ich brauche Taschenlampe. Weil vielleicht ist hier noch was versteckt. Ja, krummel, 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 krummel. Schnatter. Dann weiß er nie. Diesen Augenstängel hatten wir schon. Gut, gut. Da ist noch was. Energie-Ladestation. Das hatten wir schon. Hier sind Eier von Kreaturen. Schlecht. Aber es ist wurscht, glaube ich. Wir kommen hier wahrscheinlich eh nicht nochmal her. Und wenn, gibt es Beute für uns. Ja, ja. Ist zum Befürchten. Hier habe ich was? Lithium. Ja. Ich will nur das Lithium haben. Danke. Boah. Oh, oh. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Nein! Gut, dass ich gespeichert habe. Okay, ich war zu gierig. Jetzt muss ich nochmal laden. Ah, verdammt. Ich bin zu gierig. Ich kann nichts machen. Das ist in meiner Natur, glaube ich. Ich lade gleich nochmal. Zum Glück habe ich gespeichert. Scheiße. Ich dachte, das geht so nah aus. Da meldet sich jetzt gerade. So ist hier noch ein paar Sekunden Zeit. Kein Problem. Das waren ein paar wenige Sekunden. Das hätte ich niemals mehr geschafft. Okay, ja. Ich muss in meiner Gier mit einkalkulieren, dass ich gefälligst die Seemotte dorthin stelle, wo ich auch bin. Damit ich zur Not Luft holen kann. Ja. Was soll ich machen? Es ist halt so. Machen wir es halt nochmal. Fertig. Da. Gut. Das heißt, ich muss das jetzt noch scannen. Die Energieladegeschichte. Und dann das Lithium noch holen. Ja, ja. Ja, ja. Ist schon gut. Ja. Ruhig. Ganz aufgeregt. Weil ich zweimal gestorben bin. Ich habe es gewagt. So. Das doof ist halt, dass es drei Jahre lang lädt. Das ist halt, ja. Aber ich bin selber schuld. So. Mal einsteigen. Ja. Danke. So. Jetzt aber anständig, bitte. Ja. Jetzt anständig. Wo ist denn das jetzt gewesen? Mit dem Scannen. Da drüben, glaube ich. Hier. Ich scanne es jetzt nochmal. Weil hier war auch das Lithium, glaube ich. Bäm. Jawohl. Und hier ist das Lithium. Und dann müsste es schon passen. Weil auf Lithium kann ich nicht verzichten. Ich brauche vier Stück immerhin. Gut. Dann wieder zur Seemotte zurück. Wegen Luft und so. Weil ich verliehe sehr schneller Luft. Wegen Druck und so. Das habe ich ja auch wieder vergessen. So. Dann schauen wir uns noch in aller Ruhe um. Ob wir hier noch ein bisschen Lithium finden. Jedes Gramm Lithium ist geholfen. Auch gibt es hier noch einen wunderschönen Rubin. Der mitgenommen werden möchte. Und das Quarz nehmen wir auch mit, weil es gerade hier ist. Hoppala. Falsches Ding. Das brauche ich. Jetzt schauen wir uns noch ein bisschen um. Weil wenn wir Lithium finden, dann muss ich halt wirklich auf das Titan verzichten. Und Lithium einpacken, wo es geht. Den großen Lithiumhaufen kann ich ja leider nicht mitnehmen. Da fehlt mir noch eine Ausrüstung dafür. Boah, was hier Rubine sind, ne? So viele Rubine. Es ist halt echt eine Schande, das nicht mitzunehmen. Muss ich halt echt sagen. Und hier ist auch irgendwas komisches. Schieferstein. Ich glaube, das war ein Diamant. Ich steige mal wieder ein. Nach Möglichkeit, wenn er mich lässt. Das ist halt echt... Ui, Lithium. Ah, direkt vor meinen Füßen. Ja, Lithium. Gibt es noch mehr? Was willst du? Sandstein. Gold. Brauche ich nicht so unbedingt. Habe ich eh noch genug. Aber es ist selten, nehmen wir es mit. Halt. Hier. So. Hui. Sehr gut. Ja, dann sollte ich es mal wagen. Hier in diese Höhle noch zu... Oh nein, da gibt es so viel Rubin. Ich muss da nochmal her, dann später. Da sind so viele Schätze. Ich glaube, das erkunde ich später mal. Das Lithium nehme ich noch mit. Ich kann nicht anders. Was soll ich denn machen? So. Titan muss weg. Lithium kommt mit. Ich kann nicht anders. Was soll ich denn machen? So. Da wäre noch ein Gelsackel. Das muss ich auch mitnehmen. Sicher ist sicher. Ähm. Titan weg. Gelsack mit. So. Habe ich ja gewusst. Ich habe es ja gesagt. Wenn wir nach Rubinen Ausschau halten, finden wir auch die Gelsackel. Oha. Was bist denn du? Du schaust sehr verdächtig aus. Und ist nix. Lol. Wer hätte das gedacht? Jetzt wollte ich fest damit reihen, dass das irgendein Bauteil wäre. Für irgendwas. Nix. Da wäre wieder ein Monsterei. Lithium. Ich habe ein Lithium gefunden. Und ein Gelsackel. Hoppala. Jetzt muss ich schauen. Was kann ich noch wegschmeißen? Zwei Titan. Das passt. Dann nehmen wir das Lithium noch mit. Und da hinten das Geldsackel. Äh. Geldsackel. So. Geldsackel. Flüssigkeitsaufnahme ist schlecht. Das heißt, ich muss jetzt wirklich abhauen mal. Ich muss nach Hause. Boom. Wieder so ein armes Klubschi niedergefahren. So. Kann ich hier hoch? Normal schon. Da wieder so ein Geldsackel. Aber wir holen hier irgendwann das ganze Dingens wieder. Und dann passt das schon. Vielleicht haben wir auch bis dorthin die Möglichkeit, dass wir Dingens machen können. Vielleicht eine Verbesserung für unsere Geräte. Vielleicht ist auch der Krebs dafür gedacht, dass er, dass wir dann vielleicht dieses Erz abbauen können. Kann sein. Ich habe es vielleicht nur vergessen, dass er für das gedacht ist. Jo. Auf jeden Fall mal schnurstracks nach Hause. Da haben wir noch, glaube ich, ein bisschen was zu trinken noch da. Salz hätten wir sonst eh genug. So stellen wir schnell was her. Jo. Leviadane. Da schaue ich noch kurz mal vorbei. Ob es hier was Interessantes gibt. Da ist schon mal leer. Waren wir hier schon? Ich weiß es gar nicht. Könnte sein, dass wir hier schon waren. Ja. Waren wir. Haben wir schon ein Loch reingebrannt. Gut. Wollte ich nur gerade kontrollieren. Sehr gut. Dann hätten wir das hier auch schon. Dann können wir uns als nächstes vielleicht tatsächlich aufmachen, dieses 800 Meter Ding zu erforschen. Ich glaube, da war was mit 800 Meter. Ich muss nochmal nachlesen. Aber ich bilde mir das jetzt gerade so schön ein. Wer knut denn da? Ja. Ja da. Du da. Knut so Windige, ne? Ra, ra, ra. Sehr, sehr gut. So. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Tuck. Da sind wieder die Stinkis. Keine Angst. Ich fahre nur vorbei. So. Schwuppi, schwupp, schwupp. Ganz schön eine, ganz schön weite Strecke, ne? Gott sei Dank hat es mich dazu getreten, die Seemotter zu basteln. Das Schmucki ist halt echt was wert. Na, was sind denn das? Was sind denn das für Manieren? Sie komisches. Hm? Das gehört sich aber nicht. Sie mutiert das irgendwas. So. Gleich sind wir da. Ja, ich muss erst nach Hause. Ich hab nichts mehr mit, leider. Wir sind mal eh gleich da. So. Gleich gibt's was zum Saufen. So. Um unsere kleine Motto zu schützen, parken wir sie wieder in die Garage. So. Wenn's mir halt gelingt. Jawohl. Servus. So. So. Sollten wir nochmal uns ein Häuschen bauen, weil ich, glaube ich, nur mehr per Tauch-Dock dafür sorgen, dass wir eintreten dürfen. Warte, ich brauch ne Koralle. Ich hab keinen Platz mehr, fällt mir grad wieder ein. Ja. Die Batterie tu ich mal kurz weg. Dann hab ich jetzt wieder Platz dafür. So. Salz hab ich in Hülle und Fülle. Passt. Ich muss mich beeilen. So. Ich brauch bitte ein Chlor, und zwar sofort dickst hier oben. Das hier. Und sofort ein Wasser, bitte. Sehr gut. Dann saufen wir uns nieder. So. Passt. Haben wir schon überlebt. Sehr gut. Gut. Jetzt ist alles nur mehr halb so schlimm. So. Zum Herstellen gewisser Dinge. Brauchen wir jetzt einen Geldsackl und genau, das ist ein Aerogel, möchte ich herstellen. Braucht er mal jetzt eines oder zwei? Ich stell zwei her. Also wurscht. Wir haben genug Zeug. Das war's schon. Dann Glas haben wir genug. Da brauch ich jetzt den Bierscherzahn. Den hab ich, glaub ich, hier reingeschmissen. Jawohl. Dann, was können wir hier dabei ablegen? Salz, würd ich sagen. Bis auf eins. Das ist, glaub ich, der Wahl okay. Ich muss dann auch auf der Stelle nochmal ein Regal basteln, wo unsere Wertgegenstände wie Rubine drinnen sind. Vielleicht geht es sich hier noch aus, dass ich noch einen hinstellen kann. Sonst versuche ich den noch zu verschupfen, wenn es geht. Wahrscheinlich nicht, aber ja, schauen wir mal. Gut. Ich brauch jetzt dieses besondere Glas. Dazu stelle ich jetzt... Ein Glas reicht? Ein Glas reicht. Ein Glas stelle ich hier. Ich brauch Glas sowieso im Überfluss. Brauche ich davon zwei oder eines? Ich hab's vergessen. Ich geh mal kurz nachschauen. Bin gleich wieder da. Ist eh finster draußen. Das passt genau. So. Dann können wir nämlich den Krebs herstellen. Die der Dendi. So, es lädt grad wieder. Ja. Der Part ist auch zu Ende. Ach du Heilige. Schau nur kurz nach, was ich jetzt brauche. Für Fahrzeuge. Na, das passt schon. Krebs. Zwei von dem. Ja, hätten wir alles. Okay. Die Bahn haben wir, den Diamanthammer und das Bleihammer. Okay. Passt. Können wir im nächsten Bad den Krebs herstellen. Heureka. In diesem Sinne, ihr Lieben, bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.